Ja, die Marienschule hat jetzt gestern eine neue Lieferung von insgesamt 16 iPads bekommen, zusätzlich zu den 30 iPads, die wir vor gut sechs Wochen erhalten haben. Diese 16 iPads werden wir einsetzen, um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die gegebenenfalls im Homeoffice nicht die Möglichkeit haben, die Halbwehr einzusetzen. Ja, unsere neuen iPads sind nun da und jetzt geht es natürlich richtig an die Arbeit. Das bedeutet, wir müssen sie erst einmal einbinden in unser hauseigenes System, damit die Schüler in Zukunft damit arbeiten können, damit sie ausgeliehen werden und ihren Zweck erfüllen, damit wir für jede Situation, egal ob Homeschooling oder in der Schule, gerüstet sind. Ja, finanziert wurden diese 16 iPads aus dem Digitalpakt. Dazu war natürlich eine Antragstellung nötig, die vonseiten der Schulträgers der St. Benedikt Stiftung auch soweit bearbeitet wurden. Und wir haben knapp eine Woche gewartet und freuen uns jetzt und bedanken uns recht herzlich für die schnelle Lieferung, dass die iPads dann auch zum Einsatz kommen.